Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke und heute schauen wir uns was besonderes an und zwar wie man sehen kann haben wir hier eine große Verpackung vor uns stehen und ihr könnt es lesen hier ist der Ice Giant Pro Cypher Elite drin und somit den größten aktuellen CPU Luftkühler den es gibt meines Wissens nach und ich zeige euch jetzt mal wie dieser Kühler aussieht und was alles so im Lieferumfang ist und dann werden wir das ganze natürlich nochmal testen im Lieferumfang ist neben dem riesigen CPU Kühler noch das Montagematerial für verschiedene Sockel also für Sweatripper und natürlich auch für einige Intel Sockel dann haben wir noch zwei Lüfter drin und eine Bedienungsanleitung und das war es auch schon zwei weitere Lüfter sind schon montiert das heißt insgesamt sind ja vier Lüfter hier vorhanden und ich würde sagen dann schauen wir uns mal den Kühler selbst an der Kühler selbst also mit Lüftern und so weiter und so fort ist 164 mm hoch 251 mm breit also das müsst ihr euch mal so vor das Auge führen und er ist 103 mm tief das heißt die insgesamte Breite also wenn wir das ganze hier so sehen und ihr seht auch schon anhand des Aufbaus dass das wirklich ein Gigant ist um das ganze mal vergleichen zu können für euch setze ich einfach mal den Arm Debrace Prism daneben und ihr seht dass der ziemlich klein wirkt aber wir können uns auch einmal den Noctua NHD 15 daneben stellen und ihr seht der wirkt dann doch nicht mehr so groß im vergleich zum Ice Giant beziehungsweise zum Croceifen Elite wenn wir uns das ganze mal anschauen so nebeneinander dann seht ihr schon der ist ja auch ein bisschen breiter wenn wir uns das mal anschauen je nachdem natürlich wie man den Noctua verbaut den Kühler kann man nur auf eine Art und Weise verbauen ist das so dass der hier ein bisschen breiter ist je nachdem halt wie man es verbaut und ansonsten ist der Pro Seifen Elite eigentlich für CPUs gedacht die deutlich mehr Wärme haben als zum Beispiel 5600X wo ich ihn jetzt in diesem Video als erstes drauf testen werde das sieht man auch hier unten an dem Teil der ja quasi auf die CPU aufsetzt und wenn wir uns das ganze mal im Vergleich mit einer CPU anschauen mit einer größeren das ist eine Sockel 2011-3 CPU und wenn wir die hier drauf legen dann sehen wir da ist noch Platz da der Threadripper ja ein bisschen größer ist und wenn wir natürlich eine ARM4 CPU nehmen dann sieht das ganze nochmal ein bisschen anders aus ich werde den Kühler auf einem AMD Ryzen 5 5600X testen wie gesagt und damit würde ich sagen schauen wir uns mal die technischen Bedingungen dieses Kühlers an und warum er quasi sich so gut für CPUs eignet die mehr Abwärme haben wenn wir uns den Kühler einmal anschauen dann sehen wir dass der Aufbau quasi fast einem Radiator ähnelt wenn man es so sagen kann und wir haben hier deutlich mehr Flüssigkeit drin wie zum Beispiel in einer normalen Heatpipe wenn wir mal hier den Noctua zum Vergleich nehmen hier ist ja ein Gas drin was verdampft nach oben geht und quasi an den Heatpipes wieder runter läuft und dementsprechend funktioniert so die Kühlung da ist im Prinzip bei dem hier genau gleich nur er hat deutlich mehr Flüssigkeit er hat auch mehr Fläche wie man sehen kann man sieht dass die ganze Struktur hier hoch geht und wir ja wabenförmig würde ich es jetzt nicht nennen aber wir haben Streben die hier oben lang gehen und ich gehe stark davon aus dass hier dann die Flüssigkeit lang läuft und dann hier von den Kühlfüllen gekühlt wird es gibt auch ein Video dazu beim Hersteller selbst das werde ich dann unten nochmal verlinken und das ist quasi das Prinzip und umso mehr Abwärme wir haben umso mehr Gas verdunstet ja im Prinzip und dementsprechend strömt dann auch mehr Gas hier in die oberen Strukturen und kann dementsprechend gekühlt werden ob das in der Praxis dann auch so ist werden wir in diesem Test sehen ich werde jetzt erstmal die Lüfter montieren damit ihr das Ganze mal zusammengebaut seht und danach würde ich sagen bauen wir das gute Stück mal ein wir sehen das Monster jetzt mal in voller Pracht also mit allen vier Lüfter montiert auch im Vergleich hier zu den anderen Kühler die ich ja schon vorher erwähnt hatte beachtet aber bitte dass der mit dem verbauten Lüfter vorne nochmal ein bisschen größer ist aber dennoch sieht man dass das ein richtiges Monster ist und apropos Monster wenn ihr euch jetzt fragt okay 190 Euro ja der Kühler kostet 190 Euro beziehungsweise 185 ihr müsst aber den Versandnummer dazu rechnen dient eigentlich dazu als Ersatz für eine All-in-One-Wasser-Kühlung zu sein ja eine All-in-One-Wasser-Kühlung bekommt man auch günstiger der Vorteil ist aber an diesem Kühler meiner Meinung nach dass wir hier kein Wasser haben das heißt ihr könnt kein Leck haben dementsprechend wenn ihr zum Beispiel eine teure Grafikkarte verbaut habt und ihr nicht wollt dass sie kaputt geht ist es so dass ihr hier kein Risiko eingeht dass das Wasser runter tropft das könnte höchstens der Kühler runterfallen weil der Kühler einfach mal sau schwer ist der Kühler wiegt mit allen vier Lüftern zusammen zwei Kilo ja zwei Kilo das muss das Mainboard auch erstmal aushalten von daher würde ich eher Mainboards empfehlen die eine Backplate haben wir werden aber in der Praxis sehen wie sich das Ganze schlägt mit einem Mainboard ohne Backplate ob sich da irgendwas durchbiegt dürfte eigentlich nicht sein aber wir werden uns das mal anschauen und dementsprechend würde ich sagen lang genug um den heißen Brei geredet ich würde das Ganze jetzt einmal verbauen und ich zeige euch das Ganze nochmal wie das aussieht wenn es verbaut ist ich denke das muss man einfach sehen wie dieser Gigant halt in einem Gehäuse aussieht der Ice Giant ist jetzt installiert und ich muss euch sagen einige Dinge müsst ihr beachten wenn ihr den Kühler verbauen möchtet und zwar muss euer Gehäuse Kühler unterstützen die eine Höhe von 164 mm haben also 16,4 cm das ist schon mal Voraussetzung und die Breite muss natürlich stimmen ansonsten solltet ihr darauf achten dass der Kühler der Spannungsversorgung nicht zu hoch ist das passt hier noch wir haben auch hier noch Platz dazwischen also der kleine Finger passt fast noch dazwischen beziehungsweise der Daumen oder Zeigefinger aber hier an der Kante wird schon eng das kann ich euch hier nicht genau zeigen ansonsten der Arbeitsspeicher darf nicht zu hoch sein das heißt zum Beispiel ein Corsair Vengeance passt nicht mehr der ist zu hoch der Arbeitsspeicher darf nur 45 mm hoch sein also 4,5 cm 4,6 cm könnten auch noch passen kann ich euch aber hier nicht genau sagen da ich keinen Speicher habe der so hoch ist beim Crucial Ballistics ist es so hier passt quasi auch noch mein Finger zwischen RAM und Kühler zur Montage die Montage ist eigentlich sehr einfach ihr seht es wir müssen die Backplate benutzen setzen dann oben ein Montageframe drauf und auf das Montageframe verschrauben wir dann den Kühler mit zwei Schrauben insgesamt müssen wir so sechs Schrauben festdrehen und das war es auch schon der Kühler sitzt auch ziemlich fest würde ich behaupten ansonsten brauchen wir insgesamt zwei Lüfteranschlüsse hier haben wir einen der angeschlossen ist und dann war es das auch schon wenn wir den Kühler allerdings montieren müssen wir im Nachhinein die zwei Lüfter befestigen da wir hier sonst an die Schrauben nicht rankommen das war es auch schon und jetzt gibt es einen Blick auf die Testergebnisse in diesem Video teste ich den Ice Giant Pro Seifen Elite mit einem AMD Ryzen 5 5600X in Zukunft wird es noch noch andere Tests mit dem Kühler geben zum Beispiel auf einem 10900K oder hoffentlich auch auf einem AMD Sweatripper oder einem AMD Epic da muss ich mal schauen welchen Prozessor ich da eher bekomme und welcher auch verfügbar ist das ist momentan auch leider etwas problematisch und damit würde ich sagen werfen wir einen Blick auf die Testergebnisse hier ist es so dass der Ice Giant Pro Seifen Elite auf dem 5600X schlechter abschneidet als die anderen Kühler und gleich aufliegt ungefähr mit dem Noctua NHD15 wenn wir noch die Messtoleranz mit reinbringen dann sehen wir dass die Kühler gleichwertig sind wenn wir allerdings zwei Lüfter noch deaktivieren also die oberen Lüfter die die Luft raussaugen aus dem Kühler beim Ice Giant und dann verschlechtern sich die Temperaturen nochmal und damit ist es dann wirklich so dass der Ice Giant hier schlechter ist da der Noctua NHD15 ja auch nur zwei Lüfter hat und bei der Preisleistung sieht der Ice Giant dann natürlich schlechter aus als der Noctua da er ja mehr als doppelt so teuer ist da alle drei Kühler mit voller Drehzahl auf den Lüftern ziemlich laut waren die Drehzahl lag da so zwischen 2000 und 2200 Umdrehungen habe ich die Drehzahl bei allen drei Kühlern auf 1000 Umdrehungen reduziert und das Ganze dann nochmal getestet und hier zeigt sich dann dass der Ice Giant Pro Seifen Elite wieder schlechter abschneidet als die Konkurrenz und wenn wir uns dann mal anschauen den Vergleich zwischen dem Ice Giant Pro Seifen Elite und dem Noctua NHD15 sehen wir dass der Temperaturunterschied schon über der Messtoleranz drüber ist vor allem wenn wir dann nochmal zwei Lüfter deaktivieren sehen wir das ist schon deutlich wärmer und hier kann man dann wirklich sagen dass ich da schon etwas enttäuscht war was jetzt hier nicht in der Tabelle drin ist ich habe den Ice Giant Pro Seifen Elite auch nochmal passiv getestet und da war es dann so dass ich nach über 20 Minuten über 90 Grad Celsius war und man damit den Kühler auch passiv nicht benutzen kann und da ich einfach mal wissen wollte okay was ist so maximal möglich mit dem Kühler habe ich dann den Prozessor noch mehr übertaktet habe die Drehzahl auch wieder hochgestellt und die Spannung belief sich auf 1,3 Volt auf dem Prozessor und damit wird er schon ziemlich warm also es ist bei meinem 5600X so dass er wirklich sehr sehr warm wird und 1,4 Volt wären absolut nicht kühlbar das sieht man auch schon an den Ergebnissen der Asus ROG Ryogen 360 selbst da war der Prozessor bei 84 Grad die Spannungsversorgung war übrigens sehr kühl auf dem Asus ROG B550XE Gaming dazu gibt es ja den nächsten nochmal ein Video aber das ist schon mal ein kleiner Teaser was die Spannungsversorgung angeht und wenn wir hier jetzt den Ice Giant Pro Seifen Elite mit dem Noctua NHD15 vergleichen dann liegen diese wirklich gleich auf das ist hier auf jeden Fall eine Messtoleranz wenn wir wieder zwei Lüfter deaktivieren auf dem Ice Giant dann steigen die Temperaturen leider wieder muss man sagen und wenn wir dann nochmal betrachten was für ein riesen Kühler da drauf ist dann ist das schon wirklich sehr warm ich habe dann auch mal gemessen wie warm die Grundplatte ist auf dem Kühler und die lag bei 34 Grad das heißt die Temperatur wird ja einfach nicht an den Kühler übertragen von dem Heat Spyder aus kommen wir zu meinem Fazit den Kühler kann man sich kaufen wenn man irgendwas besonderes im System haben möchte weil er wirklich heraussticht so ein Klotz halt im System ist sehr auffällig ansonsten für so kleine Prozessoren lohnt es sich nicht wirklich ich glaube auch nicht dass es sich besser verhalten würde wenn wir das Ganze auf einem 5900 oder 5950X testen würde da die Kontaktfläche ja auch sehr klein ist und der Kühler wie ihr auch im Hintergrund im Video sehen könnt eine sehr große Auflagefläche hat für die AMD Threadripper oder Epic Prozessoren und dafür ist auch wirklich gemacht das sieht man dann in den Tests auch daran dass die Wärme gar nicht an den Kühler übertragen wird der Kühler war wirklich immer kalt in den Tests außer beim Passivtest aber selbst da war es so dass der Kühler oben nur 50 Grad hatte und an der Basisplatte 60 Grad und daran sehen wir dass einfach keine Werbeübertragung wirklich stattfindet und von daher muss man den Kühler hier wirklich in Schutz nehmen und sagen ja er ist für die größeren Prozessoren gedacht und damit sollten wir ihn auch testen und so fair möchte ich dann in Zukunft auch sein und dementsprechend diesen Tests dann nochmal nachholen wann das sein wird kann ich euch noch nicht sagen wie gesagt ich werde es auch mal auf dem 10.000 RK testen aber wahrscheinlich wird es ja genauso aussehen da die Wärme einfach nicht übertragen werden kann an den Kühler da müssen wir mal schauen vielleicht bekomme ich ja irgendwo ein Epic Air oder ein AMD Threadripper wenn ihr mich da unterstützen möchtet dann könnt ihr auch gerne finanziell mir beiseite stehen über meinen Paypal Me Link da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen dann machen wir eine Kriegskasse auf und dann hole ich mir den Prozessor einen AMD TRX40 Memo habe ich schon hier für den Threadripper eventuell kaufe ich mir den X-Owns Threadripper Pro wenn er denn verfügbar sein sollte je nachdem was er kostet aber man muss dazu sagen richtig interessant wird der Test erst wenn wir mindestens 4 CCDs hätten das heißt wir müssten einen 24 Kerner haben da dann wirklich alle 4 CCDs vorhanden sind zumindestens beim TRX40 beziehungsweise der TRX40 aber da ich ja sowieso überlege mir einen Threadripper zu holen warten wir mal ab ob demnächst der Threadripper mit Zen 3 Architektur rauskommt oder die Threadripper besser gesagt schauen wir mal ansonsten hoffe ich der Test hat euch gefallen nimmst den Kühler nicht übel er ist eigentlich nicht dafür gedacht aber trotzdem mal interessant zu sehen wie er hier auf einem 5600X abschneidet ich fand es auf jeden Fall interessant ich werde auch verbauen bei mir einfach weil er heraussticht ist was besonderes auch wenn es echt schweineteuer ist muss man sagen preis-leistungstechnisch für die kleinen Prozessoren lohnt es sich absolut nicht wenn ihr auf eine hohe Leistung abzielt dann macht es keinen Sinn ansonsten wenn es herausstechen soll finde ich oder bin ich der Meinung kann man sich das mal gönnen ansonsten würde ich sagen abonniert gerne meinen Kanal wenn ihr das noch nicht getan habt gebt dem Video einen Daumen nach oben nach unten bitte nicht und ihr könnt mich auch gerne auf TikTok besuchen oder auf Instagram da könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal